Hallo, wie ihr seht, sind wir gerade mal wieder in den Räumlichkeiten von der Majolica, machen Videos, aber wir möchten die Möglichkeit nutzen, wenn wir alle wieder auf Anhaufe sind, ganz arg Danke zu sagen. Wir haben, glaube ich, eine wahnsinnig, wahnsinnig, ich glaube, die weltbeste Kundschaft überhaupt. Es macht jeder mit. Was steht da? Uns wird so was von die Strecke gehalten, wir sind so was von begeistert. Wir möchten bei der Gelegenheit einfach mal ganz laut Dankeschön sagen.